I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Uncharted 4 Hallo Leute, willkommen zurück bei Uncharted 4. Mal schauen, was wir hier weiter machen. Mal schauen, was ich jetzt reinkam. Ich habe die CT nicht gespürt. Ich habe das nicht gespürt. Ich habe das nicht gespürt. Oh, Gott. Okay, dann los. Wir müssen zu diesem Schatzhaus, wenn es eins ist. Es ist eins. Vertraue mir. Ja. 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 Na los, Sam. Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay. Also, nein. Ist ja gut, ist ja gut. Komme schon. Ich stürze alles ein. Vorsicht, Mann. Du könntest das komplette Gebäude zerstören. Hey, hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Ein paar Regierungen gestürzt. Werfer geflendert. Aber das, das ist anders. Und das ist anders. Schön unten bleiben. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Oh, come on. Das war's für heute. Da drüben, ein böser Bube. Okay, Männer, bleibt wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Verdammt, das war knapp. Moment. Hey, sie sind hier drüben! Sie sind dahinter! Sie sind da drüben, Sie sind da drüben! Oh, nein, nein, nein! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, nein, nein! Oh, nein, nein, nein! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, 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 nein Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für's Erste. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Oh, Mist. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Das war's für heute. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Weiter nach oben. Wie geht's dir da hinten? Das ist eine super Aussicht. Fast geschafft, Sam. Das war's für heute. 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 Ja, mach ne Rolle. Juuu, Geronimo! Spice Shots! Hm. Tja Rallilo! Also alles was du tut! Ja! So in der Art! Komm sein! Juhu! Oh! Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertal ja einen Finanzausschuss.